Vielleicht zu unserem Herzstück beim ganzen Naturpool. Die Bauweise mit Holz natürlich ist super nachhaltig und perfekt am Zahn der Zeit. Aber damit so etwas wirklich gut funktioniert, brauchen wir ein ordentliches Filtersystem. Und das funktioniert so, dass wir der Biologie ganz einfach eine Wohnung bauen. Das ist eben hinten ein großer Kieskörper mit speziellen Filtern drinnen, wo wir das Wasser permanent 24 Stunden am Tag umwälzen und die Biologie somit mit Nahrung versorgen. Das heißt, die Biologie entzieht uns kostenlos die Nährstoffe. Und das Einzigartige, was bei dem Filter auch noch ist, wir können bei dem Filter die Filterfunktion messen, indem wir dann bei dem Bypass-Filter hinten schauen, ob die unter einem leichten Sog stehen. Und somit wissen wir, dass das gesamte System gleichmäßig durchströmt ist. Also das ist auch ein wesentlicher Unterschied zu anderen Systemen. Bei der Abdeckung ist nicht der Rest, was ich einfach zu auf und zu machen werde, denn man sieht es auch die sicherste am Markt. Man kann wirklich die Abdeckung streiten. Da haben wir auch unser neues Produkt, eben der Holz mit Korkauflage. Wir wissen noch nicht ganz genau. Aber jedenfalls das Produkt ist ganz neu, seit einem Jahr im Test. Man sieht da in dem Bereich dahinten, wie schön der Kork eigentlich ist. Der Boden ist letzte Woche von uns einmal geeinigt worden und ist wieder wie neu. Das ist schon cool und vor allem, er hat von der Haftik her, ist er total angenehm. Er ist temperaturstabil. Als Rekord kriegt nicht mehr wie 40 Grad. Er ist 100% rutschfrei. Und auch wenn er nass wird, wie man sieht, ist er noch rutschhändiger als wenn er trocken ist. Also diese Eigenschaft hat sonst kein Material. Und 100% nachhaltig. Alles natürliche Materialien.